Bei mir ganz nah, bei mir ganz nah, pass auf. Wo bist du? Rechts von dir. Hab ich. Nice. Ich glaube dann kannst du wiederholen. Dann dürfte safe sein. Ja, okay. Ja, tschüss. Dann bricht. Ja, man bricht ja. Dann nehmen wir noch das Kommando. Vielen Dank, vielen Dank. So, hier haben wir mal so zwei Punkte nach vorne, hätte ich gesagt. Ich weiß nicht, wie es beim Kommandosquad ist. Ne, ich mein, kommt Panzerfahrer vorher, ich wollte einen BTA-Squad für uns aufmachen, ging gar nicht. Ich würde auch, weil Stacheldraht kein Zeug braucht, eigentlich bei den Eingängen, wo wir nicht rauskommen, Stacheldraht drin machen jeweils. Hier war drin. Achso, guck, wir sollen rübermarken nach Gullari. Was? Wir müssen zur nächsten Dinger erstmal rübermoven, alle einen Kilometer. Es wird wieder so eine Runde, immer nur guffeln. Na egal, wir sind die Wanderschafts-Crew. Ja, Mann. Ja. Weil der uns mitnehmen könnte, der Hund. Ich glaube, mit dem können wir auch mitfahren. Hey, könnt ihr uns mitnehmen? Nee, ich glaube nicht, wir sind da voll. Ja, die sind voll, ja. Achso, da geht's. Hier vorne geht's ab. Alter, was ist mit dem Logi? Auch du willst. Alter, lass mal lieber, Alter. Wenn's hier abgeht, kein Bock, erst First Target zu sein, Alter. Ist lieber die von oben bisschen unterstützen. Vorne wird der Tank schon voll unter Beschuss genommen. Wirklich sind wir da nicht eingestiegen, Alter. Ja, Mann. Ich glaube, wir haben eine nice Position. Ich hoffe's. Ist noch vorne welche? Oh, ja. Er hat markiert. Aber irgendwann, glaube auch... Was ist hier passiert? Nee, ist so close nicht. Ich bin aus dem Auto rausgeschleudert worden. Und bin irgendwie weggeflogen und tot. Und ich schlieg durch die Luft. Alle kommen in Haufen. Guck mal, ich bin da vorne. Ja, wir sind mitten durch die Luftbahn. Können wir den Leuten wieder fahren, oder? Ich mach' die Feinde getankt. Ja, der wird richtig zerlegt. Was ist der Tank? Ja. Also so'n BRT oder sowas. Wir müssen ein Stück weit nach vorrücken, oder? Sonst ist zu weit zum Schießen. Ja, ist zu weit. Kobayashi? Kannst du mich zu mir und erzählen? Wir müssen aufpassen. Gibt doch respawns. Wenn wir hier chatten, alles löschen und respawnen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Ich weiß, ob das so geht. Und die Grüne bräuchten wir hier zum Verstecken. Ja. Und wir hier vielleicht unter dem Bör. Soll ich als Pionier kommen, dass wir den noch verdienten können? Wir springen ja nicht. Wir fahren ja raus. Guck mal, meine Position. 95 Grad am Stein. Ja, das sehe ich. Down. Nice. So, erstmal den Lodge reinzugehen und den rauszufahren, bitte. Sein Schnappergewehr liegt doch da. Ja, Mann. Schnapper. So. Jetzt hören wir noch weiter vor, oder? Ja, hier müssen wir erstmal checken, halt. Das Wasser vor uns. Da ist wieder einer. Jetzt hat er sich hingelegt in der Sekunde. Ja, da ist er. Ja, ich bin jetzt im Lodge. So, alles cool. Alles gleich, ich bin gleich da. Am Haus, am anderen, mein Marke, ist auch einer. Da habe ich leider keine Sicht drüber. Ja. 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 Fahrt mal schon runter zu. Tunnel. Ah, da kommt ein Haufen hinter dem Haus hinten drin. Ja, ich gehe in den. Ja, ich gehe in den. Komm nur mal. Ein paar Sekunden länger hoch mit deinem Kopf. Mhm. 200 Meter, wie weit kommst du mit deiner Granate sicher? Ich weiß nicht, ob ich 200 Meter weit komme. Geh mal die letzte. Dann holt er mich mal ab, oder? In die Kette. Ja, da sind auf jeden Fall mindestens drei, vier. Bei den Steinen? Ja. Ich markiere nochmal mit meinem Augenmarker. Oder ich lade nach erstmal, weil ich Airdrick gestalte. Dann einmal bitte hier. Da ist das Augenmarker drauf. Dahinter? Ja. Soll ich mal tryen? Da läuft einer. Ja, den habe ich nicht erwischt. Oh, der ist weg. Alter, der ist weggeflogen. Hast du ihn gesehen? Ja, Mann. Ich habe ihn weggeflogen. Das war wohl ein Hit, hätte ich gesagt. Hast du auf den geschossen, oder was? Ja, ja. Verstehst du den Ding ganz gesehen? Der kommt der nächste. Siehst du hier gerade jemand? Jo. Ich mache mal einen Attackmarker. Wischen, Marco? Ich bin im anderen Squad. Ich kann das leider nicht sehen. Vielleicht nur kurz... Bei 195 Grad sind die Steine. Und dahinter sind mehrere Einheiten. Ich sehe, sehe. Alle. Hier ist blöd. Oh ja, klar. Ich glaube, das war nicht ich. Das war, ich glaube, irgendwie ein kleiner Rakete. Na, das war meins. Ja, okay. Aber so muss es sein, Alter. Es ist markiert und dann kommt irgendein Tank und scheißt halt komplett rein, Alter. Oh, der Tank ist kaputt, Alter. Müsst du auch mal die Umgebung hier checken. Feindlicher Heli. Oh, der Typ wurde geschossen. Ah, hinten, ja. Ich sehe dich. Müsste da unten sein. Aber was hat er denn den Panzer getroffen? Das mag ich mir ersorgen. Naja, das hier steht auch relativ close. Bestimmt aus der Stadt jemand geschossen haben. Ich sehe jetzt gerade keine Bewegung mehr dort. Was nichts heißen muss. Ja. Ja. Ist wieder einer? Ja. Kommt da auch ein Mate von uns, kommt da hin. Pass auf, wenn du den gleich tötest. Wer ist das? Das soll vorsichtig sein. Guck mal, links von uns ist ein Feind markiert. Ja. Diese ist schon auf der Karte. Gucken wir mal, ob ich den ansetzen kann. Ich check das mal. Ja. Irgendwo aufm Berg oben. Aber ich glaube, der kommt nämlich hinter uns irgendwo hin. Ich verstecke den Logi mal ein bisschen. Mate ist dort noch. wir sind komplett abseits von den dingen ja sollten uns wahrscheinlich auch mal weiter wo ist der nächste punkt muss man zur richtung gab also team charlie ich hätte gern dass ihr mit nikola angreift ok ok verstanden das ist nikola da runter gehen ja das einigermaßen selbst ja machen wir kannst du rüber sehr ich sehe aber ein glaube ich ja auf mich also weil ich sie markieren so schnell markieren wollte stand ich glaube sind opfer alter ich glaube kurz warten an meinem mark waren auf jeden fall zwei die markiert ja ich glaube der sniper hat einen davon dann verlegt er mal noch eine leiche dann kannst du mir bei gelegenheit retten wenn es sicher ist ja ich glaube auch nicht stöße auf mich oder klang klang danach dann ist der andere hier auch verreckt jetzt ne da wurscht der hundeson der eine hat es aufgegeben ich hole dich jetzt einfach mal ja das war total kacke ich muss erst in den positionen wo ich sicher bin nicht da total offen auf dem scheiß schnee rumliegen stehen keine panik ich hab dich schon eine panik auf der titanik neutralisiert holen sie jetzt wieder kann man bald die angreifen ja das problem hier irgendwo nirgendwo treibt sich kein medikum ja man lass mal ich gehe mal ein bisschen weiter war der erste gegner ne das ist ein spieler gewesen ich hab markiert ja das war ein spieler einer von uns meine ich scharli wie sieht es bei euch aus hier unten ich hab das hier sein hier sein nein nein da sind glaubt noch die gegner hinten obwohl vielleicht auch doch vielleicht auch doch nicht schmutzig aber ein mailsch mit dem roten haus drin ich hab mal markiert auf der karte ok so jetzt gehen wir mal auf den punkt also langsam in richtung des punkts das schutzfächer feindliche helikopter feindlicher wir sind eher russen oder alle auf die helikopter hast du meine granite gesehen direkt auf den helikopter alter zwei mit dem ding ist getroffen granite lautscher na verpiss dich alter direkt so in die schießscharte rein ich hab richtig bock alter alter bestimmt so multi kill alter ich weiß nicht gerade pünktlich fürs obwohl ne kills sieht man nicht hast recht alter wo willst du ja links rechts neben dir ok ok ah ja ich sehe dich alter ist geht es auf dich nee ich wollte nur sagen wenn es noch näher kommt dann wird es echt kritisch schade wie sieht es bei euch aus kommt ihr in die cap rein ja wir haben gleich gecapt gleich neutral jetzt irgendwo ein medic ne kein medic in der nähe danke hast du irgendwo eine position ja ne um mitten im dach ist einer bei ich stehe nochmal hier rein ich stehe mal hier rein nicole wird langsam aber sicher gecapt vd er geht bitte wieder zurück ich habe einen neuen gemacht da steht eine direkt über mir kann nicht effizient was es für ein fahrzeug ist das eine haben wir glaube ich das ist eine fahrzeug oh shit hier ist direkt einer vor mir standen nein ich bin richtig am schwitzen alter nein nein komm lieber nicht alter ich habe dich gerade entdeckt da an dem hügel wo das fahrzeug markiert ist ich sah noch recht viele infanterie am skunk ich glaube sie deutlich von dir sind circa 3 leute ja die schmeißen smoke granaten runter ich habe keine kriegen gleich mit granite launcher ja hier ist jetzt auf jeden fall disco die werden jetzt kommen eine mine von mir bei e824 wurde gerade ausgerüst die smogen richtig einen hier an dem hügel bei mir ja ich sehe noch keinen smoke scheiner ist im smoke ja hier ich sehe es auch laufen sehen ich sehe es auch laufen sehen ja du lebst ja noch wir haben nichts ich gebe euch immer direkt mörder da konnte ich mir so runter aufpassen das ist richtig disco aber gut die stürmer haben natürlich weiter rein da haben wir so macker da war nicht klar hat doch schon auf die tür geaimt alter der hund hat keine munition hier oder was der tank gestorn Ah, dann haben die den jetzt kaputt gemacht Nice Wenn ich erstmal total offensichtlich zu seiner Position hin Ja, ich bräuchte gleich so einen Medik, das Problem ist Äh, der zittert übel Ja, Mann Ich weiß nicht, was ist los Hab einen In der Stadt getötet Ah, ich bin da Ich muss abgeben Dann nochmal geholt werden Oh, shit Bei mir ganz nah, bei mir ganz nah Pass auf Wo bist du? Recht von dir Hab ich Nice Ich glaub, man kann sich wiederholen Dann dürfte safe sein Nice Alter, du warst ja ein Hundesohn, Alter Du war übel nah Und ich hab Dinge zum Single Shot Single Shot gehabt Sonst hätte ich ihn auch noch zumindest angeschossen Wir müssen auch zu anderen Positionen suchen Ja Oder hinten ist nur einer Ich kann eigentlich nicht sehen durch die ganzen Bäume Also kann ich nicht abschießen durch die Bäume Ja, kein Stolz Was an du das Ich hol dich Wie lange bist du noch da? Ich weiß nicht Das finden wir auf jeden Fall Na, mal gucken Ja, weil ich muss nachher noch Essen machen irgendwann Mal gucken Aber ich hab Ich hab Bock auf Auflauf Hab Wart mal Das schneid Okay Bisschen mal gucken Hinter der Stadt So bei 90 Grad Die Felsen hinten Und das erste Haus Da hab ich vorhin gesehen Das schneid Und hier jetzt grad Richtung Grob 150 Grad Hab ich auch hingesehen Aber durch die Bäume durch noch Weiter hinten auf dem Das ist jetzt aber auch schon Mates von uns Ach guck mal Bei dem Haus Bei 86 Liegt einer drin Direkt am Eingang 86 Hat sich hingelegt Ach ne Doch 86 Da die ist ja Verrottete Scheune Ja Direkt am Eingang war einer Da hat sich schnell hingelegt Auf die linke Seite davon Hier oder? Ja Du hast gesehen Der hat sich bewegt Ja Ich seh den Fuß Ja Da ist ein 2 drin sogar Weißt was das heißt Noch zu kurz Bisschen weiter Ja Was war mit der? Noch einer rechts von der Mauer Jetzt Ach der wird doch vielleicht oben In den Traum rein Ja ich hab's aber Nee ich hab's eigentlich nicht Explodieren sehen Ich auch nicht Ganz komisch Ah der ist schon weggelaufen Also Die kommen von dem Hügel runter Sie greifen jetzt von der Fop an Nach Nikola Kommen die Kommen die nordöstlich runter Was nordöstlich? 4 oder 5 Einheiten Achso Ach da hinten runter Ok Ja wo der rote Rauch ist Und links davon Überall Ja ok Das ist ein freies Schussfeld Dann verschiebe ich mich mal ein bisschen Wenn sie das hier gleich abfangen können Die ganze Breite hier Ja Ja das Radio ist ein bisschen unter dem Medic Ja das passt Nikolaas neutralisiert Ja das ist ein bisschen unter dem Die haben uns Der Pop hinten kaputt gemacht So ne kacke Ah wo muss Baunig denn dann hin Er wird langsam richtig haarig Wir sind richtig Gönn mir gleich eins Ja, wollen wir noch einen Versuch machen, oder? Ne, ich bin da auch noch mal zu versuchen. Alter, ein Umi ist so ein scheiß Eichhörnchen, Alter, der Dude. Alter, Magazin-Lehrer, ich liebe das, wenn ich noch einen Schuss hab. Alter, ja klar, dann geht's in seinem Kopf vorbei, oder was, der Schuss. Ja, komm raus, um deinen Maid zu holen, komm raus. Na okay, dann hat's vermissen, hätte ich gesagt. Alles, warte ich da, ob denn jemand revivet, dann schieße ich gleich wieder drauf. Ja man, so mach ich's jetzt auch. Ah shit, ich seh nichts mehr. Ah, da kommt der Heli. Ah, da ist ihm schwitzig, richtig. Hm hm, den zweiten getiltet. Fuck, komm. Alter, das sind übel viele. Komm, hol den jemand. Hey, wieso revivet die keiner? Ah, der wollte ins Haus rein, der erste ist reingekommen, den zweiten hab ich jetzt schon gegeben. Jetzt hat er mich gesehen, wo ich bin. Also, ist grad alles frei. Okay. Kommt nicht schon rein. Ja, schnell, ist das frei? Ja, die Leute hinten aufhalten, locker vier, warten wir jetzt da schon. Oh ja, okay. Oh ja, okay. Oh ja, okay. Hör mal kurz. Gereckt hätte ich gesagt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020